So. Ich weiß gar nicht, wo wir heute weitermachen, aber ich glaube, irgendwas farmen bestimmt. Ah ja, genau. Savage Lee und Boll. Ein paar Stunden farmen, denke ich mal, bis um sieben. Okay. Hört anscheinend nicht auf, hier irgendwelche Raketen draufzuschießen. Der gute alte Jack. Claptrap. Claptrap Beatbox time. Ja. Na dann, auf geht's. Äh, war ich auch irgendwann zu verkaufen, denn? Ich hab alles verkauft. Remember, we're always open. Remember, we're always open. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir ziemlich schnell was kriegen. Also, zumindest die Fastball, die Cam... Die Unkem Territ ist mir jetzt erstmal scheißegal. Tatsächlich. Die wird im... Cold Hunter Mod wichtiger sein. Hier kommt das nur mir so voll, ist das alles so laut. Ich sag mal, ist leiser hier bei mir. Nicht bei ihm. Oh mein Gott, first try Fastball. Nice. Und... Das Spiel wurde so eben um 30% einfacher. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Oh man. Schöne. Die... Right. Man. Die... 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 einer von hinten ja da ist einer ja Ich muss mal gucken, wie viel XP die geben. Wie gesagt, eigentlich kann ich ja auf die Unken Tarot kacken, aber eigentlich wäre es auch schon cool, eine zu haben. Oh. Aber ich muss irgendwas farmen. Brauchst du ungefähr? Was brauch ich denn? Wie viel XP geben die denn? Habe ich ja eben gerade eben schon gefragt, ne? Gar nicht drauf geachtet. Ach. Das Wichtigste total vergessen. Entschuldigung, falls da schon irgendjemand in den Chat ist und rumgeschrieben hat. Ich habe meinen Chat gar nicht an. Gerade. Ähm. Wo ist es denn alles? Hier. Ach herrje. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern. Mein Handy ist nämlich nicht gerade das schnellste, was das irgendwie... auch nicht, was alles andere angeht. Ähm. Oh. Ich weiß. Lieber. So müssen wir jetzt die zu er usu هa種 vor. Hier geht's ein Gott. Aber ich lege. Ich weiß nicht nichts, Ja, das ist ja so. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Lied. Einfach, aber trotzdem cool. Das ist klar. Das ist ein ziemlich cooles Lied. Tschüss. Das ist der Twitch Detail Inspector. Ich wollte es nur mal kurz checken, weil ich es gesehen habe bei mir auf deinem Dashboard. Geht es aber weiter. Da hat er immer angst. Ist du okay? Wir sind hier wie gestorben. Wo? Okay. 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 My rats might not get to their lab, but they'll get to their... 1350, okay, um uns hier auf jeden Fall noch ein paar Mal die zu farmen. Okay. Ohla! Oh! Das war's für heute. Ja Und aura kill. Uh, da ist auch die Uncle Terrell, also eine von den. Intense Uncle Terrell Hey, how about that? Wow Obwohl die Bonus Package kann ich auch verkaufen, ich brauch die eh nicht mehr. Ah ja, Ende im Geländler Wow Das war das schnellste, dass mir jemals sowas gedroppt worden ist, aber von beiden Castball beim ersten Versuch, Uncle Terrell beim dritten jetzt, oder zweiten? Dritten, ne? Ja Ne Ja 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 Ich bin schon wieder auf dem Geist. Woops Es wird auf jeden Fall gleich Zeit, äh, später als ein Dings zu holen, ein Granatenupgrade. Auch wenn es ein Dings zu holen, ein Dings zu holen, ein Dings zu holen! Nichts. Das ist ein Ort, um einen Rat zu holen. Oh, nirgendwo in den Turken gefallen, bitte. Danke. Das Auto steht ein bisschen weit weg vom Eingang. Mach die eigentlich Elektroschaden oder mit? Yo. Forget the curveball, Ricky. Give him the heater. Schon aus irgendeinem Film. Zer lasst. Oh. Okay. Kann ich auch hinlaufen die Vermeter an. Die ist doch irgendwo weit hingeflogen, oder nicht? Oder sah nur so aus? Ich bin ziemlich sicher, dass da irgendwo was hingeflogen ist. Oder war es echt nur das Geld? War echt nur das Geld? Okay. 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 Ja, 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 ja. Ich habe gerade aufgestoßen und mein Controller vibriert, weil irgendwo hier eine Explosion oder sowas gewesen ist. Oh, ja. Ich meine, die Fassel ist schon cool genug, aber was hat er denn für eine Schottie eigentlich? Gut, ich darf dich so zu bewegen, Ratte. Oh, runtergefallen. Oh. Oh. Ja. Oh. All right. Das war's gonna be my duty. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube mehr Level werde ich von denen nicht kriegen, Mann. Einmal noch. Und dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich beim nächsten Mal für ein Level aufgehört habe. Aber das sind ja auch 13,5, irgendwie 14. Ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich kriege immer noch 1000 XP für die. Ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Schmerzen mache. Ich schreibe meine Schmerzen. Ja, das ist aber auch ein Film. Okay Don't get cute One One Two Two One 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 I'd rather... Hey, how about that? Switcher! Switcher! Oh... No? Don't kill a bullbuster! Yeah! THE BOYS IS SOMETHING Alright es ist es ein Kissen das ist ein das ist ein Hecht und Es ist ein leichter zu bei 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 Oh mein Gott, den hat es aber voll aus den Schuhen gefegt. Oh mein Gott, da tut mir fast leid. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Achso, hab ich umgebracht. Oh shit. 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 Okay. Okay. Oh Oh, ein Badass Und tschüss, Badass Das ist ein Nachkampf, Badass Kannst ne Raketenwerfer, der ist ja besser als meiner, ne war ne Schottie, ne Assault Rifle, weg damit. Kein Mensch braucht Assault Rifles, jedenfalls nicht jetzt. Ja! Ah, knappt, ich nehme ihn. 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 Ah, kommst du nicht raus da? Ah, ja, jung. Ah, ja, jung. Ah, ja, jung. Ah, ja, jung. Ah, ja. 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 Ah. Ah, ja. 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 Ah. öylesweise hier mal in der Hexe variieren, ja? Ah, ja. Ahem. Ah, ja. Ah, da die Hexe waren, was ist weit hermen. Ah, da Ach, ja. Ah wie süß. Wo Saiyan. Ah, ja. Ja. Ah. Ah, ja. Ah ja. Habt ihr mein Auto kaputt gemacht? Uhhh, das wird aber ganz schön knapp. Oh, passt. Ah! Da geht doch. Das muss doch reichen, oder? Das müsste bei sowas von reichen. Ah! Weed! Ah! 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 I see your problem, and I'm gonna take this slow so you can understand, alright? That thing's broke as hell. That thing is broke as hell. I'll best have some pleasant parts from the other parts near the motel. Now the value you're looking for is way up at the tip and top of that pump. You have to climb your way up that thing like a snort-happy redhead and a slag bin if you wanna get at it. No, that's my hit point. What do I need? I'm gonna hop watching you bleed out! That was the decking. That's what I'm doing too long. It's waiting. Pretty gross. Oh no. I'm Ott disabilities… Was ist das? Okay, man. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2020 Is it weird when I notice the moment you pick some up? Do you know I can see you in the bathroom? Is that weird? I'm in it like I'm spying on you in the bathroom out of friendship though. Well, either way, let's plug that pucker in. Ach, hier ist gar keine Ausstützung, ich dachte mir wieder ein Ausstützung, ach da oben ist die Ausstützung. Ach, hier ist gar keine Ausbildung. Oh shit Wie soll ich denn da hochkommen, dann ist doch... Ah, jetzt liegt's da unten, okay Ah, you went and found the gearbox, huh? Man, those gearboxes sure all the cats are uns forsaken for, as we won't be slaying around here Go ahead and plug her in! Even when you're alone alone Caught me when I was falling No one wants to find me Yeah! Just decide Sitting on the side of your bedline Mama! Jungen, lass mich da hochmachen! Danke Pumps ready to go, man! Just turn around and watch the sparks fly! I'm legally obligated to tell ya Ha, woo! That bounty board oughta be powered up now Switch her on, he should have a buttload of new jobs to take Ha! Catch her job! Next time you're bleeding to death Just think Just think Where can I find the truth Dr. San Ha! Ha! Mm 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 Ja. 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 Okay, okay, okay. Oh. Oh. Boy. Sorry. Geh! Was ist der? das finde ich aber nicht von dem dass wir die rex getötet haben rex und skax nein 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 nicht da reinfallen ach hier stimmt man ja nicht okay was er hier tut kein schaden aber macht keinen schaden und entscheiden Achtung! Das waren alle, gell? Das waren alle gewesen sein hier. Karibium. Meins? Ach, ich bin schon wieder voll? Okay. Also ich so, als hätte ich gerade eben erst ein paar Sachen verkauft. Achja. Ach. 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 Wer smuts? War keiner für mich. Wird gleich Zeit für einen neuen Kaffee, wollte ich sagen. Als er sich auf die Zunge biss. Ach. 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 Da auf. Stink dich keiner und steht darauf angespuckt zu werden. Ja. Ja Ja Ich will immer die Sachen looten, die da drin sind, auch wenn da gar keine drin sind, logischerweise Das ist das, was ich wollte sehen. Unfortunately, du bist gebetet, weil Dino genug ist, um zurückzukommen zu sein. Ich habe nicht gebetetet. Achso, das habe ich auch gemacht, die ganze Neemissionen. Jetzt verändere ich mich. Wir haben nicht vergessen, das ist die Lțel. Da kann man viel bewertet werden. abetze ... Das war's für heute. 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 Oh, yes! Das war's für heute. 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 My God, Das war's für heute. 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 All right, Das war's für heute. Oh, 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 oh selves. You cannot. I repeat. You cannot. When I fight with them in one-on-one combat. You see, Lillen? Contact me immediately. I can handle her. You can't. Me yes. You know. Da wäre ich mir noch runtergesprungen. Ja, da muss ich die verkauften, aber geil, dass man die gefunden hat. Also, dass ich die getroppt bekommen habe, sagen wir mal so. Findet ja immer sehr gerne mehrere Waffen. Okay. Lass mich mal hier durch, Mann. Nerviges Rumgeblocke ständig. Lass mich mal hier durch. HELLO? MISSION LIFE TAKE SEX! MISSION LIFE TAKE SEX! Oh mein Gott, meine Fresse! Bitte! Ich hab die... MISSION LIFE TAKE SEX! MISSION LIFE TAKE SEX! MISSION LIFE TAKE SEX! GENEROLD DERECH! MISSION LIFE TAKE SEX! MISSION LIFE TAKE SEX! GENEROLD DERECHT DERECHT- mit dem Siren. mit dem Siren. Oh mein Gott, meine Fresse. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Fresse. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Fresse. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.